Herzlich willkommen zurück zu The Witcher. Ich bin die Miri und wir sind mit Geralt jetzt mal wieder auf dem Weg zurück in die Sümpfe. Erstmal nehme ich aber auch wieder hier was mit. Ich klicke mich hier mal ganz schnell durch. Ja, so hier sind wir. Es ist düsterer denn je. Und hier gibt es Schöllkraut und Schöllkraut, wissen wir ja, ist eine sehr wichtige Zutat für uns. Okay, wunderbar. Also, wir haben eine Menge zu tun, wie so oft. Und zwar, wir sollen hier so einen Ring finden, der sich im Sumpf in der Nähe von Militele-Schreien befindet. Da waren wir ja auch schon mal. Dann müssen wir zu dem Druiden. Ja. Okay. 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 Schreien der Militele. Da gehe ich erstmal hin. Ich glaube, das ist näher dran. Das ist hier hinten. Die machen, die sind auf dieser Insel hier. Na? Okay. Okay. So. Mann, ist das ein schlechtes Wetter. Man sieht ja fast nichts. Kikimohan-Arbeiter, ich werde schon mal mein Schwert zücken. Und ertrunkene Tote sehe ich auch hier. Ich könnte aber auch einfach ein bisschen auf dem Weg bleiben. Schauen. Wow. Oh. Hab ich mich jetzt erschreckt ey. Puh. Okay. Diese ertrunkene Toten sind schon mal erledigt. Bin ich wieder in der falschen Richtung unterwegs. Hier gibt's Schöllkraut. So, und jetzt hier rum? Uns Petersilie noch mitnehmen? Ah, ein Bläuzüge. Kichimohrenarbeiter. Ein Stück zurückgehen. Ah, okay. Na gut. Soviel zu denen. So, das Krähenauge interessiert mich. Und ja, da ist der Schrein der Militele. Und einmal Niswurz. Werde ich mal kurz am Ort der Macht hier ein Ritual der Magie durchführen. Und hier haben wir so eine ganze Insel voll mit Bläuzügern. Oh Gott. Und da kommt auch schon der erste. Na? Jetzt dachte ich im ersten Moment, der würde direkt sterben. Aber den Gefallen tut er mir wohl doch nicht. Na? Ja, aber das ist doch fast. Ja. Sehr schön. Ja, da liegt auch der Leichnam. Ah, so. Und dann wieder ausweichen. Eigentlich finde ich es ganz angenehm, dass man da nicht so viel tun muss. Nur ein bisschen Feuer und dann hat man eigentlich seine Ruhe. Könnte ich mir jetzt auch vorstellen, dass ich einfach direkt schon mal rüberlaufe. Und die schon mal ein bisschen anzünde. Hm. Ja. Ja. Hier liegen Überreste. Von dem einen, den ich eben schon hatte. Na? Vielleicht muss ich demnächst auch tatsächlich mein Feuer nochmal aufwerten. Damit das ein bisschen flotter geht. Und es einfach mehr Schaden gibt. Ja. 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 Oh, oh, oh. So, diese Überreste. Ja, komm schon. Ja. So, das waren die Bloidzöger hier. Familienring, Erdbeeren, eine ganze Menge Ohrens. Okay. Ja. Dann geht es jetzt zu den Druiden. Grob in die Richtung. Und ich müsste eigentlich auch noch diesen komischen Wolf irgendwann mal finden. Das würde mich auch noch interessieren. Was liegt denn hier schon wieder für ein Leichnam rum? Lag der eben auch schon hier? Da ist der Hierophant. Ja, weißer Wolf. Seid gegrüßt, ehrenwerter Hierophant. Waska sagte mir, ihr könntet mir vielleicht gegen die Banditen mit den Salamander-Abzeichen helfen. Willkommen, weißer Wolf. Ich weiß, was euch herführt. Ich habe es vom Wind gehört und durch die Augen von Tieren gesehen. Ihr wisst? Ihr kämpft gegen die Salamandra und habt viele vor ihren Experimenten gerettet. Hm. Ihr geheimer Stützpunkt wird streng bewacht. Da kommt selbst jemand wie ihr nicht rein. Könnt ihr helfen? Vielleicht. Ihr Anführer will, dass wir die Magie der Natur für seine Zwecke einsetzen. Ich werde ein Treffen vorschlagen, bei dem wir gleiche Chancen haben. Was kann ich tun? Bringt mir einen Psilocybin-Pilz. Die wachsen in einer von Gorgonen bewachten Höhle. Daraus werde ich einen Trank brauen, der die Salamander verleitet, sich mit uns zu treffen. Wenn wir den Anführer der Salamander treffen, werde ich euch im Kampf unterstützen. Ja, die Pilze haben wir schon eingesammelt. Ich habe die Pilze, die ihr wolltet. Ausgezeichnet. Ich werde es dem Trank beimengen und die Vögel losschicken, um ihn zuzustellen. Ist das Treffen vereinbart worden? Ja. Wir werden aufbrechen, sobald ihr bereit seid. Ihr habt gesagt, wir würden aufbrechen, wenn ich bereit bin. Also, können wir aufbrechen? Ich bin bereit. Ja. Wir treffen uns auf einer Lichtung. Mein Freund hier kommt auch mit. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Ich habe noch nie an der Seite eines Vyvern gekämpft. Gehen wir. Hm. In Wuestraede. Keine Möwein, keine Möwein. Okay. Also, wir haben den nächsten großen Kampf vor uns. Und da müssen wir uns natürlich auch gut drauf vorbereiten. Ich überlege hier nur gerade, wie am besten. Hm. 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 also ich könnte mir vorstellen dass wir vielleicht mal so ein öl verwenden und zwar vielleicht das sind friedöl mache ich mal auf das meteoriten schwert und hier könnte ich mir vorstellen dass wir das einfach verbessern dann nehme ich mal den diamant staub er weiß was wir da alles verwenden müssen so wo ist denn der hierofant ach gott der ist ja ein bisschen langsamer unterwegs gut zum glück hält dieses öl ja eine ganze weile sind wir bei voller gesundheit ausdauer ja sind wir wie wendet man eigentlich diese bomben an das würde mich interessieren zum benutzen rechtsklicken probieren was aus würde ich sagen intensität der zeichen gewährt sie für die vermöglichkeit brauche ich glaube ich nicht waldcodes könnte interessant werden erhöht die maximale ausdauer ich glaube ich werde einmal maribor wald nehmen das wird ein weichen dauern müssen wir ankommen wenn er mit dem tempo läuft 2 ein 2 4 4 5 4 8 Ich überlege gerade, was soll man für Zeichen waren. Irgendwie verwende ich ja sowieso immer nur Igni und Art. Aber ich könnte mir schon auch vorstellen, dass ich mal was anderes verwende. Wo sehe ich das? Vielleicht bei den Tutorials, ne? Zeichen, genau. Also, Irden war die magische Falle. Das ist das lila, ne? Wenn war das Defensivzeichen. Ja. Und Axi ist etwas, was Gegner vorübergehend in Verbündete verwandelt. Ah, ja. Naja. Mal sehen, wie uns das helfen wird. Na? Ich hab mal Sicherheit selber zwischengespeichert. Man weiß ja nie, was da gleich auf uns zukommt. Also, beziehungsweise, ich hab so eine Ahnung, dass es irgendwie einen Kampf geben wird. Das ist jetzt ein bisschen öde, ihm dazu zu schauen. So, und jetzt? Haltet euch bereit. Sie werden bald ankommen. Ich bin von Geburt an bereit. Oh Gott, das geht ja schon mal richtig gut los. Komm schon. Ah, Hilfe, ey. Na? Ach, Roland Bleinheim, der hat natürlich Interesse daran, mich zu töten. Habe ich nicht da eben noch einen anderen gehabt? Oh, schnell weg. Jawoll, so geht das. So, dann haben wir hier noch Kikimorenkrieger. Zwei Stück, da bräuchte ich aber mal ein anderes Schwert für. Und ich würd's mal gern mit Feuer bei denen probieren. Na, tat das weh? Aua! Na? Du brennst, ne? Du bist schon aufgefallen. Ah, sie hat mir wehgetan. Scheiße. Jetzt. Okay. Hau ab. Okay, schnell weg. Ich muss irgendwie heilen. Ich brauch mal einen Trank, glaub ich. Ah! Na, so wird das nix, ne? Okay, tot ist er. Okay, das war heftig. Nochmal. Okay. Ähm, ich werd jetzt mal gleich einen Schwalbetrank nehmen. Sicher ist sicher. Ja. Außerdem... Ja, ich hab mich natürlich auch zwischendrin einfach mal schützen können, ne? Ich bin auch ein bisschen dämlich. Okay. Nehmen wir erstmal Feuer. Das ist immer äußerst effektiv. Haltet euch bereit. Sie werden bald ankommen. Ja. Ich bin von Geburt an bereit. Na, Geralt? Na, alles brennt. Ist das nicht schön? Was macht er denn schon wieder? Geralt! Ah! Hast du überhaupt das richtige Schwert? Ne, hast du natürlich nicht, ne? Ich mach zwei Kälte aus dir! Aua! Los, rennen, 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 rennen! Wir werden sterben zum Kopf! Okay. Aua! Okay, das war jetzt auch nicht so gut. Ähm... War natürlich auch nicht so praktisch, dass wir von Anfang an hier das falsche Schwert angezogen hatten. Das war schon mal richtig schlecht. Okay. Wir nehmen wieder einen richtigen Trank. Mhm. Haltet euch bereit. Sie werden bald ankommen. Ich bin von Geburt. Na? Geralt. Gut weh, ne? Oh Gott. Jetzt kommen die wieder auf mich zu. Jetzt kommen die wieder auf mich zu. Okay. Der nächste. Ähm... Könnte ich nicht einfach auch mal eine Bombe oder sowas nehmen? Wie war das? Schwaches Gift? Probier's mal mit... Der Furcht, würde ich sagen. Ach, das funktioniert so nicht, Geralt. Du musst schon auch dein Schwert gezogen lassen, ne? Sonst klappt's nicht so richtig. Na? Na, komm schon, Geralt. Ich frage nicht, ob man eben auch den... Ja, der starke Kampfstil ist besser. Das Thema hatten wir eigentlich schon mal. Okay. Da ist noch ein Kikimorenkrieger. Der kam jetzt zu mir. Wie bist du denn da? Ja. Mh, komm. So, den haben wir. Jetzt haben wir nur noch den Typen hier. Hopp. Na? Einer ist nicht schwer. Das wäre auch ohne gegangen, vermutlich. Jetzt habe ich natürlich gerade keine Ausdauer mehr. Das ist äußerst schlecht. Ähm... So. Roland Bleimheim. Der ist tot. Jetzt haben wir noch einen Salamander hierüber. Oh. 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 Uh. Das war wohl der letzte. Puh. Das waren jetzt aber eine ganze Menge Überreste wieder. Gut. Das hat funktioniert. Immerhin. Wer ist er? Jo. Franz steht auch wieder. Roland ist tot. Durchsucht seine Leichen. Ja, mache ich. Wenn ich ihn finde. Hm. Nein, das wollte ich nicht. Da. Wehrwolfwut. Königlicher Freibrief und ein verschlüsseltes Dokument. Ja, weißer Wolf. Es ist vorbei. Der Anführer der Salamander ist tot. Wir danken euch und werden stets für euch da sein. Ich kehre zu meinen Brüdern zurück. Passt auf euch auf. Mhm. Sehr gut. Jetzt sind wir wieder eine Stufe aufgestiegen. Es war doch ein etwas chaotischer Kampf, aber... Ähm... Mit genug Zeichen und so war es auszuhalten. Hm. Hm. Ich habe natürlich auch einfach immer noch nicht gelernt... Also, ich habe immer noch nichts über die Kikimorenkrieger gelernt. Was ist mit dieser Holztruhe da hinten? Kenne ich die nicht schon? Ja. Gut. Den hatte ich. Ich will natürlich nach Möglichkeit wieder alles Geld und so einsammeln, aber... Ach, es ist schon ein bisschen lästig, dass... Wenn ich mehr als diese paar Waffen mitnehmen kann. Gut. Ich denke... Jetzt habe ich aber auch alle. Gut. Was habe ich noch zu tun? Ich muss immer noch die Eichesspuren finden. Den Ring muss ich zurückgeben. Da muss ich nachts hin. Ähm... Da habe ich gerade nichts. Leuwarden. Ja. Okay. Also... Wenn ich nicht rausfinde... Wo die Eichesspuren sind... Dann wüsste ich jetzt nicht so richtig, wo ich das sonst herkriegen sollte. Hm. Vielleicht sind die in der Höhle. Da gab es noch eine Höhle. Wo ist die? Äh... Hier. Hm. Ach, theoretisch könnten überall sein, ne? Hm. Gut, ich versuche mal kurz rauszufinden, wo man Eichesspuren findet. Bin gleich wieder da. Okay. Also ich habe gehört... Dass es... Ähm... Eichesspuren bei Großverderchens Hütte gibt. Also werde ich mir da jetzt mal eine Markierung hinsetzen. Und versuchen da hinzukommen. Ähm... Ähm... Ich dachte immer... Ich hätte da quasi alle, aber... Hm. So, was haben wir hier für eine Holztruhe? Hm. Nichts Besonderes drin. Gott, ey. Was habe ich denn jetzt wieder angelockt? Er trunk eine Tote. Okay. Die sind ja nicht weiter wild. Oder hier ist ein Kikimorenkrieger. Oder hier ist ein Kikimorenkrieger. So, diese Richtung. Was habe ich denn da noch für Überreste? Ach, die hat bestimmt der Kikimorenkrieger dahin hinterlassen. Mögen ja auch nicht unbedingt die ganzen Sumpfopfer... Sumpftypen meine ich. Okay. Okay. Na gut. Eigentlich muss ich jetzt nur so ein bisschen hier die Straße entlang. Und dann müsste ich da eigentlich auch irgendwann hinkommen. Zur Großväterchens Hütte. Geht's mal hier entlang. Ich hoffe einfach, dass irgendwann mal so ein Archesrohr auftaucht, ne. Was ich jetzt halber schon das Feuer aktivieren. Das brauchen wir dafür, ja. Hm. Stattdessen wurde es wieder ein Ertrunken, ne. Hm. Hm. Und diesen Wolf müsste ich auch noch finden, ne. Der ist bestimmt irgendwie nachts unterwegs. Ah, da sind wieder Kikimoren unterwegs. Hier habe ich also gar keine Lust. Ah. Hier komme ich nicht durch. Das ist aber schlecht. Achso. Aber hier komme ich durch. Na? Okay. Hm. Hm. meine Eichesporen. Na gut, also ich werde bis nächste Folge mal versuchen rauszufinden, wo sich diese Eichesporen befinden und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut, eure Miri.